Heute kümmern wir uns um eure Anfragen in Sachen Soundlösungen, die ich in meinem RON Reviewed Studio im Einsatz habe. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, da der Ausblick für viele von euch interessant werden könnte. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn, wie gewohnt, der Disklaimer. Alle in diesem Review gezeigten Soundlösungen habe ich selbst neu oder gebraucht gekauft. Einzige Ausnahmen sind das EXA H1 Bluetooth Headset und das E900 Pro Gaming Headset, welche als Testmuster zur Verfügung gestellt wurden. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms, des Herstellers und erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, Überblick und die Preise meiner verwendeten Soundlösungen Sortieren wir meine im Einsatz befindlichen Lösungen beginnend mit der günstigsten. Das sind die eben erwähnten EXA Produkte, die mit je ca. 40 Euro für das EXA H1 Bluetooth Headset und das E900 Pro Gaming Headset zu Buche schlagen. In Sachen High-End Kopfhörer kommt bei mir ein Biodynamic DT-99 Pro 250 Ohm Kopfhörer um gut 150 Euro zum Einsatz. In Rennspielen bin ich meistens mit VR-Brille unterwegs und nutze die bei meiner HP Reverb G1 integrierten Kopfhörer. Die HP Reverb kostet in der aktuellen zweiten Version um die 600 Euro. Wenn ich am Monitor unterwegs bin, dann kommt die integrierte 2.1 Soundlösung des vor ein paar Monaten reviewten BenQ 3415 zum Einsatz, der im Moment bei um die 900 Euro liegt. In Sachen Simracing, auf Konsole und im Heimkino-Betrieb bin ich mit einem ViewSonic Beamer unterwegs. An einem Denon S650 Car Receiver für knapp 500 Euro kommen unterschiedliche Lautsprecher für das 5.1 Surround-System bei mir zum Einsatz. Das ist ein alter großer Teufel Subwoofer, den ich gebraucht für um die 100 Euro gekauft habe. Meine damaligen MOA SL15 Standlautsprecher um gut 200 Euro habe ich umfunktioniert und als Center-Lautsprecher gekoppelt und im Schrank verbaut. Als vordere Surround-Lautsprecher links-rechts kommen Teufel Ultima 40 Stereo-Lautsprecher um ca. 400 Euro zum Einsatz. Und für die hintere Surround-Lösung links-rechts verwende ich ein Newman Octavox 702 MK2 Lautsprecherpaar um ca. 115 Euro. Kapitel Nummer 2 Meine Alltagserfahrungen und der Einsatzzweck Das EXA H1 Bluetooth Headset liefert das, was man zum Budgetpreis erwarten kann, nicht mehr und nicht weniger. Ich setze es ein, wenn ich beispielsweise mit einem Kumpel via Skype über das Smartphone verbunden bin und nebenbei über das 5.1 System mit der Konsole über den Beamer unterwegs bin und nicht abgeschottet sein möchte. Hierbei ist das leichte Mono-Headset komfortabel zu tragen und durch das um 270 Grad drehbare Mikrofon kann man zwischendurch die Saiten wechseln. Das finde ich bei längeren Sessions angenehm, da man so nicht immer auf einem Ohr mit dem Headset unterwegs sein muss. Die Akkulaufzeit von über 50 Stunden konnte ich bis dato noch nicht ausreizen, ansonsten gibt es nichts Auffälliges zu berichten. Das Pairing über das Smartphone ging problemlos und die Passform geht in Ordnung. Gleiches gilt für den Sound, den ich natürlich nur hinsichtlich der Sprechqualität beurteilen kann. Das Mikrofon macht laut Aussagen meiner Gesprächspartner einen guten Job und filtert die Umgebungsgeräusche meines 5.1 Headsets tadellos heraus. Beschwerden über den Hintergrundsound meiner Anlage gab es somit keine. Weiter geht's mit dem EXA E900 Pro Gaming Headset. Dieses hatte ich jetzt im Urlaub häufig für Netflix im Einsatz und dabei machte der Sound einen zufriedenstellenden Eindruck, reißt aber in diesem Preisbereich natürlich keine Bäume aus. Das Kabel kann abgenommen werden, genauso wie das Mikrofon. In Sachen Anschlussmöglichkeit wird 3,5 mm Klinke oder ein USB Anschluss geboten. Die Lautstärke kann am Kopfhörer angepasst werden, der Kopfhörerbügel ist das Metall, alles andere, gleich wie beim EXA Bluetooth Headset, ist das Kunststoff. Meinen Beyerdynamic DT990 Pro habe ich seit mittlerweile um die 10 Jahren im Einsatz. Der Einsatzzweck ist dabei meistens Musikhören, aber manchmal auch Gaming. Der Kopfhörer ist mit komfortablen Velourpolstern ausgestattet und wird über 3,5 bzw. 6,3 mm Klinke via Adapter angeschlossen und ist mit einem Spiralkabel ausgestattet. Die Soundqualität ist eine andere Liga als das zuvor erwähnte EXA Gaming Headset, genauso wie die Verarbeitungsqualität und vor allem der Tragekomfort. Beim DT990 Pro 250 Ohm sind die Höhen sehr spitz bzw. scharf. Mitten und Bass sind sehr ausgewogen. Der Gaming Sound ist klar und nicht zu Basslastig. In Sachen VR Headset kommt wie erwähnt die integrierte Lösung meiner HP Reverb G1 zum Einsatz. Der Sound ist als zweckmäßig und eher dünn zu bezeichnen. Zwischendurch war ich auch mit der G2 unterwegs, auch hier war es eher durchwachsen in Sachen Soundqualität. Für die Aufnahmen der Videos bin ich meistens am Monitor unterwegs und der 2.1 Sound des BenQ 3415 macht einen brauchbaren Job. Wie damals im Video erwähnt ist jede 2.1 Anlage um 50 Euro deutlich besser, aber verglichen mit den üblichen dünnen Stereo-Lösungen anderer Monitore spielt der BenQ eine Liga höher. Bei meiner Heimkino-Lösung macht das von mir zusammengestöpselte System einen gut abgestimmten Job. Die Teufel Ultima 40 klingen erschreckend realistisch im Heimkinobetrieb. Auch die umfunktionierten Moor SL15 Standlautsprecher klingen im Centerbetrieb stimmig. Die günstigen Newman Octavoc 702 machen für den hinteren Surroundbetrieb das, was man erwarten kann. Beim alten Teufel Subwoofer stört das Brummen in leisen Sequenzen. Ich werde den wohl als bald ausmustern, obwohl die Bass-Performance selbst mit 50% einen fast erschlägt. Kommen wir zu Kapitel Nummer 3, Fazit und die Kaufempfehlung. Die beiden günstigen EXA-Lösungen sind mit dem H1-Bluetooth-Headset und E900-Pro-Gaming-Headset gut ausgestattet und machen einen ordentlichen Job. Die Haptik wirkt aber billig und wie es mit der Langzeitqualität aussieht, das kann ich heute noch nicht beurteilen. Wenn du sparen musst, dann machst du mit 30-40 Euro Produkten mit diesen Lösungen nicht allzu viel falsch. Ich rate aber immer in dieser Preisklasse, vorsichtig mit der Ware umzugehen. Für Hardcore-User sind Produkte dieser Preisklasse mit Sicherheit nicht bestimmt. Mein um ein vielfaches teurerer Biodynamic DT990 Pro hat sich seit mittlerweile 10 Jahren bewährt. Das Fazit lautet, dass ich diesen Kopfhörer jederzeit wieder kaufen würde. Die Velour-Polster sind ein Komfort-Highlight, der Sound nach wie vor über jeden Zweifel erhaben. Hast du etwas für den anspruchsvollen Sound übrig, ist dir dies wichtig? Dann nehme auf alle Fälle etwas mehr Geld in die Hand, so mein Tipp. Sound ist der meist unterschätzte Faktor beim Gaming. Gerade für den reinen Musikgenuss ist ein Kopfhörer dieser Liga jeden günstigen Gaming-Headset um Welten überlegen. Mit meinem integrierten VR-Sound bin ich nicht zufrieden. Dieser ist viel zu dünn und ich überlege die Kopfhörer abzumachen und meinen Biodynamic einzusetzen. Das ist halt dann fummelig mit VR-Brille aufsitzen und dann noch Kopfhörer drüber zu ziehen. Aber von der integrierten HP-Reverb-Sound-Qualität habe ich mittlerweile die Nase voll. Gut bewährt hat sich das 5.1-Surround-System. Der Dehn- und Verstärker macht seinen Job unauffällig gut. Und daran hängt mein PC, die Playstation, eine Xbox und ein Amazon Fire Stick. Bezüglich der 5.1-Lautsprecher hat sich mein Setup über die Zeit zusammen gesammelt. Bei mir ist es ein Mix aus neuen und gebrauchten Komponenten. Wenn du selbst an eine Neuanschaffung denkst, dann hole dir gleich ein fix fertig abgestimmtes Gesamtpaket eines Herstellers, dazu würde ich raten. Ansonsten kann es mit der Abstimmung diverser zusammengekaufter Lautsprecher schwierig werden. Das soll es nun gewesen sein mit dem von euch gewünschten RON Review Sound Überblick. Ich hänge euch in der Videobeschreibung meine verwendeten Produkte rein und jetzt seid ihr am Zug. Postet in den Kommentaren mit rein, wie euch das Review gefallen hat und sagt mir, welche Erfahrungen ihr mit dem Sound gesammelt habt, welche Soundlösungen ihr einsetzt. Und nun geht es weiter mit einem spannenden Ausblick. In ein paar Tagen gibt es eine Premiere von einem neuen Cube Controls Produkt in meinem Kanal. Ich teste gerade das brandneue F-Pro Lenkrad und werde euch ein wie gewohnt ausführliches Review dazu aufbereiten. Nach eurem großartigen Feedback in Sachen Funatec DD Pro Review wird es Vergleichstests zwischen Logitech Thrustmaster und dem DD Pro geben. Vielen Dank für den Support und eure Spenden und lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von eurem RON. Ich freue mich bis zum nächsten Mal.